Willkommen bei ProfiSchnupp.de hier im Schnäppchenkeller. Ich habe heute wieder was ganz Besonderes für Sie und zwar von der Firma Himmola aus Bayern. Das Modell 4513 Cumuli als Sofa mit Vollrelexbeschlag elektrisch und Klapparmlehnen in Leder Longlife 24 Rustica Pacific. Ein Kundenstorn, das heißt der Kunde hat bestellt und vor Lieferung storniert. Das Sofa war aber schon produziert und wir haben zugeschlagen. Nun, ich zeige Ihnen mal was das Sofa kann. Der Preis ist auch noch exorbitant, aber erstmal muss Ihnen das Sofa gefallen. Sie haben Klapparmlehnen hier, Sie können das also hochstellen, dann haben Sie eine optimale Armauflage oder runterstellen. Dann können Sie auch wunderbar hier drauf liegen. Ich lasse meine Füße mal auf, Bauchmuskeln oben. Das ist schon mal schön. Dann haben Sie hier eine Fernbedienung, auch übrigens da drüben. Fernbedienung. Das bewegt den Rücken und das bewegt das Fußteil. Wow, Sitzkomfort, klasse, absolut. Jetzt können Sie das vortun oder noch weiter nach hinten tun. Und Sie haben hier oben noch ein Scharnier, wo Sie es vorziehen können. Jetzt zum Beispiel brauche ich die Armlehne unten, so wie sie ist. Wunderbar. Wenn ich jetzt oben bin, im normalen Sitz, kann ich übrigens auch beide gleichzeitig bedienen, brauche ich erstens das gestreckt und zweitens das etwas weiter oben. Hier ist eine praktische Tasche für die Fernbedienung. Himmola denkt an alles. Hier haben wir zwei Komfortsitze, schön abgenäht hier mit dieser Quernaht. Und alles relativ straff gepolstert, sodass das auch jahrelang so toll aussieht. Die Farbe, dunkelblau, gut zu kombinieren, fast schwarz, aber es ist dunkelblau. Ein schönes Einzelstück für einen Zwei-Personen-Haushalt. Hier noch einen schönen Einzelsessel dazu und Sie haben eine tolle Garnitur in Ihrem Wohnzimmer mit weniger Platzbedarf, mit zwei tollen Komfortsitzen für zwei Leute, die es komfortabel haben wollen. Ein Schnäppchen für 1950 Euro. Schnappen Sie zu. Dankeschön, Ihr Profi-Schnappmeister Lutz Reinhardt und Tschüss.